Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild Part Nummer 106. Im letzten Part haben wir die ewig lange Waffen-Narr-Neben-Quest beendet. Wurde auch so langsamer Zeit, bin ich der Meinung. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so für... Ah, hier haben wir noch zwei Schrein-Quests. Warum machen wir die nicht? Bei diesem Stall. 95 Schreine haben wir inzwischen schon. Es fehlen nur noch ein paar. Und wir haben 121 Kroxamen von... Ich glaube 900. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, die werde ich nicht alle sammeln. Das ist mir zu blöd. So, es geht nämlich um diesen Schrein hier. Man sieht einen Stall, eine Schlucht. Ein Vulkan, ziemlich im Hintergrund. So, irgendwo in diese Richtung, ne? Ja, irgendwo in diese Richtung. Da wird er uns auch schon... angezeigt. Oh, und das antike Schwert will ich nicht unbedingt für Fledermäuse verwenden. Krieg und Sieg! Ich denke, hier bei den Felsen da hinten ist es irgendwo. Ja, kommt glaube ich ganz gut hin. Hier noch kurz rum. Oh, ich habe keinen mehr. Nicht schlimm. Kann ja auch klettern. So, hier dürfte er irgendwo sein. Da haben wir ihn. Der Tamurschrein. Feuer öffnet den Weg. Na dann. Na gut. Machen wir es. So. So. Wie geht das hier eigentlich auch? So. 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 Oh. Warum Pfeile verschwinden? Noch kommt das dahinter? Kannst du gerne... Geht doch. Ein Felsenspalter. Ja, nö. Obwohl, wir haben gar nicht so viele... ...tolle Zweihandwaffen, ne? Aber zwei Elektro-Lanzen... Welche ist denn haltbarer? Ist das die? Ne, ist es glaub ich die. Gut. Okay, irgendwo gibt es anscheinend noch... ...ein Schlüssel? Oh. Okay, die Dinger sind magnetisch. Gut zu wissen. ...und ein Rodonit. Gut. Bei den Ornys haben wir jetzt auch noch einen. Eine Schrein-Quest. Eine Schrein-Quest. Dann! Wir machen doch Schrein-Herr. Schreine. Immer nur noch Schreine. Jetzt war weiter oben. Bellas Schwester Laissa. Wo ist denn Laissa? Hier oben wahrscheinlich nicht. Ne, du bist Amalie. Hier schlafen sie. Kleine Kinder. Snackert. Du bist mieser. Ja. Du bist Cecile? Sind wir da nicht eigentlich schon durch? Ja. Genau. Aber wir können ja auch noch die zwei Container hier abholen. Rump. Okay, irgendwo beim Kleidungsladen anscheinend. So wird es mir zumindest angezeigt. Da oben pennen auch noch Regen drin. Das könnten die beiden sein, wa? Ich glaube, ich muss bis zu Tag waren. Ist bestimmt die andere da noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen in einem Daunen-Bett. Mit Orni-Federn, meistwahrscheinlich. Drei Herzen dazu und ein extra Ausdauerring. Laisa. Bella hat ihr also erzählt, du sollst mich nach der zweiten Hälfte dieses alten Ornileads fragen? Die hat wirklich ein Spatzenhirn. Na gut, ich sing's dir vor. Unter einer Bedingung. Du musst mir die erste Hälfte fehlerfrei vortragen. Auswendig. Ähm. Der Orniturm. Schlank und schwarz. Mittags da noch. Enthüllt sein Herz. Gut. Dann werde ich dir, wie versprochen, den Rest des Liedes vorbeibringen. Das Herz des Turms, es schläft so fest, dass nur Feuer es erwachen lässt. Das ist die zweite Hälfte des alten Liedes. Klingt sehr bedeutungsschwanger, oder? Da, 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 do, do. Ba, 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 ba. Ach, da hinten ist es. Und jetzt wäre die perfekte Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich's schaffe. denn wie ihr seht ist dort ein herz auf dem schrein und jetzt muss man nur noch mit feuer um hantieren und dann passt das ok das galt anscheinend nicht so muss ich vielleicht ein lagerfeier bauen schnell noch mal gerade noch rechtzeitig just in time na du bist mir egal meister der wuridano schreien jetzt frage ich mich habe ich die schreien quest von den so was schon gemacht kanonen kanonen sind immer cool so da gab es aber noch eine weitere für die truhe nämlich und so macht man das ganze alles first try okay like bowels da 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 und dann gucken wir doch mal im quest verlaufen ne sieht nicht unbedingt danach aus oder wir reisen einfach mal zur sora domäne soll das nicht hier und da müsste dann glaube ich auch irgendein kleines kind sein was uns davon berichtet soweit ich mich daran erinnere die ladezeiten die ladezeiten die ladezeiten die ladezeiten dann halt en Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, war das nicht eins von euch Kindern? Hallo Onkel. Fressen Hylianer Fische? Die Fische, die meine Mutter gefangen hat, kannst du im Laden kaufen. Guten Tag. Was willst du? Gibt es irgendwelche Probleme? Weil ich hier ja, da geht das nix an. Oder hatte ich die Quest schon mal gemacht? Ja, hallo? Kann ich dir helfen? Hier hast du Leuchtsteine. Danke. Du hast wirklich zehn Leuchtsteine für mich? Dann lass mich nur schnell nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, das ist wirklich alles, was wir haben wollten. Oh, das ist wirklich alles, was wir haben wollten. Ich nehme dir die Leuchtsteine mal geschwind ab. Und natürlich sollst du auch belohnt werden. Mit einem Diamanten. Ich lege sogar noch einen da oben drauf. Noch einen oben. Diamanten. Aber ich kann dir nur einen Diamanten geben. Für zehn Leuchtsteine. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ja, ja. Prinzidon ist ein ganz toller. Ja, ich habe die Quest schon mal gemacht. Nur gut. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo was. Oder da. Ich gehe von hier aus nach Osten. Schau da nochmal nach. Schließlich suchen wir Schreine. Schreine. Hier sind Stachel. Zuerst gar nicht gesehen. Und jetzt habe ich keine Aufladung mehr. Ja, egal. Franz, mein Freund, kommt herbeigespünt. Okay, ich kann hier dich doch nicht sehr viel benutzen. Ich dachte schon, er läuft ja jetzt die Klippe runter und stirbt. Da hinten muss doch ein Schwein sein. Geht doch gar nicht anders. Ich glaube, ich habe da auch gerade was wiedererkannt. Mein Motorrad ist, glaube ich, ist gerade verschwunden. Und hier geht's nach oben. Und was gibt's da oben? Äh, nichts? Hm. Tut mir leid, meine Freunde, da muss ich jetzt hoch. Jetzt kann ich nämlich nicht glauben, dass da einfach gar nichts ist. Aber... Irgendwie ist hier nichts. Da wollte ich jetzt nicht runter. Ach, noch nur... ...Maxi rüber. Und ein bisschen... ...Hirurge-Gras. Aber ansonsten ist hier wirklich nichts. Enttäuschend. Da ist das Donnerhorn. Kennen wir doch alles. Dann gehen wir da wieder runter. Hauen vielleicht den Drachen auch noch einer rein. Ich mein, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann gehen wir doch mal. So... ... ... ... Das war's für heute. Ach komm. Guck mal da. Möwen. Leute, ich bin gerade im Wasser. Das war's für heute. War das nicht so ein übelstes Riff, wo hier noch... Ja, doch. Das kenne ich doch, oder nicht? Ich hoffe, der neben ist auch vorbei. Das war's für heute. Tausende Krabben. Wenn ihr irgendwann mal Krabben braucht, wisst ihr, wo es welche gibt. Krabben gibt's ja anscheinend auch noch. Und der war zu weit. So, wo geht's denn jetzt weiter? Da-da-da-da-da! so hier haben wir angefangen irgendwo müssen noch felsen zum züchtören Und wo ist eigentlich Cass? Wo steht der eigentlich rum, der Type? Ich höre ihn zwar, aber ich sehe ihn nicht. Aber hier ist er anscheinend nicht. Bist du wieder hier oder immer noch? Ah, egal. Ah, da ist er doch. Hey Cass. Den nie mehr müden Winde. Na sowas. Ich habe nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Ah, du warst das. Mittlerweile sollte ich wohl nicht mehr überrascht sein, dir an einem Ort wie diesem zu begegnen. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfung stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied der Region hören? Na klar. Mit Vergnügen legen wir los. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Landgeschwinde. Und die Heldenprüfung soll gelingen. Nimmermüde Winde? Könnte das hier sein, aber... Aber was sind die vom König gewährten Schwingen? Das sind Mysterien, die ich in tausend Jahren nicht lösen könnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Ich weiß es. Wie? Okay, man muss da auf jeden Fall, glaube ich, in einem Stück durch. Glaube ich. Okay, das ist ein bisschen hoch. Komm, warum lande ich denn da direkt? Das ist doch ranzig. Wir machen das jetzt noch. Wenn ich dabei draufgehe. So, hier einmal aufladen. Oi. Und dann trotzdem nicht schaffen. Das war anscheinend der letzte Felsen. Ah, ich glaube, das langt nicht. Nö. Man schafft ja noch nicht mal den, Alter. Oh, ich glaube, das war's. Aber es war nicht in einem Schwung. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber das war in einem Schwung. Noch kaum. Wir lesen noch mal kurz nach. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Feld ist doch frei. Im Lande der immer müden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Landgeschwinde. Und die Heldenprüfung soll gelingen. Hm? Okay. 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 Also wir sind uns noch einig, dass es hier anfängt, oder? Und dann komme ich da noch nicht mehr hin. Wow. Ja. Okay. 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 Mann! Muss ich da direkt über die Spitze oder was? Scheinbar. Die Aufwinde kann ich halt voll vergessen. Zumindest den einen. Mal ein Versuch, gebe ich mir noch. Revalis Storm ist bereit! Nee! Der Felln... Er soll wohl einfach nicht in diesem Part sein. Also... Gehen wir das im nächsten Part an. Ich kann mich ja schon mal da hinstellen. Gut. Das wird's dann wohl gewesen sein für diesen Part. Ich würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten wiedersehen. Genauso würde ich mich freuen über ein Like, ein Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Also bis zum nächsten Mal! Tschüss, ciao und auf Wiederschauen!